So Nachbarn, es geht weiter mit Let's Play Mirror's Edge Und ich weiß immer nicht, wie wir hochkommen Ich probier nochmal hier den Wall jump Ups, gib Gas, hoch da, umdrehen und Ja, es klappt, geil Und da hoch Und da runter Oh oh Ich hab den Schrein gehört, schon wieder Ach Das ist ne Folie Hihihi Rutsch Bababam Der hab ich's gegeben Äh Ja, ich muss ja wohl irgendwie da runter Jetzt mal behaupten Ach hier Plong Und rein Ja Genau Ich dreh durch bei dem Spiel hier Ja Mann, dreh dich doch um Lauf, Wand hoch, umdrehen Wand hoch, umdrehen, springen Umdrehen Gas geben Wand hoch, umdrehen Hoch, umdrehen, springen Oh, Mann, 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 Mann Hopp Besuchen Sektor 12, keine Spur rotieren Verstattung, Vorrückung durch Berge Lief da drauf Blöde Folie, ey Steht das Ding jetzt still Es steht still Jetzt runter da Ui Ui What dat denn? Nu? Ih, mein Bildschirm ist ganz schmuddelig Bäh Bäh Oh, fuck Oh, shitface Sie haben ein Maschinengewehr Nein Oh, shitface, ich hab ein Maschinengewehr Ja Wo muss ich denn runter? Ich muss da hoch Oh, Mann, ey Das ist doch wieder Ich muss da hoch Ich muss da irgendwie wieder hoch Wo mach ich denn? Wo mach ich denn? Wie komm ich denn da hoch? Na, okay, da bringt schon mal gar nichts Okay, wat mach ich? Ich muss da irgendwie hoch Ich muss da irgendwie hoch Oh, shitface, wir haben ein Maschinengewehr Das klingt überhaupt nichts Ernsthaft, wie komm ich da hoch? Scheiße, ey Wie komm ich da denn hoch? Oh, 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 oh Oh, oh, oh Wo komm die denn her? Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, komm, eh. Kasselt. Haben wir. Schlafen wir uns den an. Ja. Jetzt kann die Party starten. Das geht ja mit euch ab. Ach, komm. Hehehehehehehehe. Hehehehehehe. Hehehehehehe. Und du? Ich bin doch nach oben. Wie mach ich das? Guck mal drauf da. Ach, hier kam ich doch her. Okay, äh. Ich zappel noch mal da rum. Äh, komm. Nee. Das bringt nichts. Da war noch einer. Hier, komm. Oh. Bitte was? Wo kommen die denn her? Bewegung, Bewegung. Komm mal in Ruhe. Das ist doch ein Witz. Das ist doch ein Witz. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Es gibt auf der anderen Seite des Atriums einen Ausgang. Du musst einen Weg darüber suchen. Ja, wie denn? Ernsthaft? Was willst du von mir? Scheiße. Das ist ja jetzt ein Witz. Das ist ja jetzt ein Witz. Oh, Mann. Oh, Mann, oh, Mann. Das kann doch nur schief gehen. Huah. Oh. Halt still. Halt still. Hau-ba. 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 Viel zu knapp, der Mist. Hau-ba. Rauf da. Ja, atme erst mal durch, Mädchen. Hau-ba. Noch eine letzte Tür. Das solltest du raus sein. Ja. Komm. Mein kleiner Freund scheint zurück zu sein. Ist er der Attentäter? Ich weiß nicht, aber ich habe eine Vermutung, wer es weiß. Kapitel wird geladen. Bumm. Hey, Faithy. Nett, dass du mal vorbeischaust. Noch ein wenig Verzeugungsarbeit war Rufan ziemlich gesprächig. Er hat mir von seinem Treffen mit Cops Mörder erzählt. Und jetzt willst du mir danken, richtig? Ach, aber als ich da ankam, warte mal, wer auf mich wachste. Keine Ahnung, Faithy. Ich hole mir da nur meine Breze. Die Lehrershauptversammlung der Cops. Du weißt nicht, zufällig etwas darüber, oder? Nein, Faithy. Ich weiß nicht. Dass sie alle tätowiert sind. Dass sie alle tätowiert sind. Außer Nebel, wenn ich dich loswerden wollte, hätte ich das dann nicht einfach selbst erledigt? Hast recht. Einer wie du kann sowas nicht organisieren. Jetzt sei doch nicht so. Rufan ist verledigt. Ich bin beeindruckt. Ich weiß nicht. Du musst vorsichtig sein, mit wem du rumhängst. Ach, das habe ich schon vor langer Zeit gelernt. Und doch, sind wir wieder hier. Aber ich fürchte, ich muss unser kleines State leider beenden, Faithy. Man verlangt nach mir. Du weißt, wie das ist. Versuch, am Leben zu bleiben. Das war also der Stecher, ja? Na, ich weiß genau, dass du zugehört hast. Was gibt's? Kannst du mal recherchieren? Hier und dann noch Kuda Security. Bin dran. Wie befasst du? Ich habe ihren Namen gesehen. In Wilburn's Büro. Oh, nicht noch irgendwo. Ein spezielles Logo. Hast du was? Nur was man erwarten würde. Alle anderen Leuten, zwei eine gesammte Gebäude und private Gefahr. Sie beschützen unsere Welt, ganz klar. Wo finde ich sie? Wir haben mehrere Büros in der Stadt, haben gerade ein neues Gebäude am Hafen gezogen. Gib mir die Koordinator. Ich nehme das mal an. Okay. Ja. Ah. Lauf auf das Gebäude mit dem dämlichen Hundesymbol zu. Die Ladewucht müsste ein Eingang sein. Wenn du dort sagst, dann machen wir das doch. Hopp. Hopp. Nee. Ach ja, wieder hier so eine Akrobatenaktion, ey. Wuii. 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 Hopp. Oh, nein. Voll verbockt, ey. Ja, genau. Und diese drei Rohre sind extra hier so angebracht. Hopp. Hopp. Ja. Wo geht's weiter? Ja. Springen. 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 Ha, 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 ha. Klettern. Vielleicht wie die Polizei. So, und. Hopp. Umdrehen und. Ja. Oh, ich bin so gemach. Schaffst du das? Ja. Das klingt doch nach Polizei hier, ey. Oh. Okay, wie komm ich da hoch? Wie, komm ich hier hoch? Da? Halt ich fest. Wir haben jeden Scheißkanzig festhalten, nur da nicht. Hoch da. Hoch da. Uah. Was machen dort zu hauen? Mit Stacheln. Warum kannst du denn hier nicht hoch, Mädchen? Da vielleicht irgendwie halt ich fest. Nee. Das Ding. Das ist ja jetzt ein Witz. Jetzt häng ich hier. 20 cm mit dem Boden. Okay. Da? Nee. Wie komm ich da hoch? Ernsthaft? Hui. Och, Mann. Hoch da. Da können wir hoch. Schön. Das Ding ist aber null. Scheiße, ey. Können wir nichts drücken. Rein da. Wenn ich da hoch könnte, dann könnte ich mich einfach da rüber hangeln oder so. Au, 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 au. Nicht vorbei. Ist klar. Ist klar. Oh, au, 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 au. Ach, ich muss immer noch da hoch. Immer noch da hoch. Hier ist ne Tür. Hinein da. Bam. Und dann da hoch. Und da hoch. Ich hab gesagt, da hoch. Nehm da hoch. Was kannst du eigentlich? Was kannst du eigentlich, Mädchen, ey? Oh, au, 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 au. Wer baut denn so? Und hier, ey? Ach. So. Alter, verdammt. Hoch. Ja, geschafft. Jetzt muss ich wieder runter. Hier ist keine Runner, denn. Nur 1000. Haltens die Verbindung aus dem Gamma. Bleiben Sie dran. Wie schnapp ich mir den denn jetzt? Nein! Ja, lad nach! Hau zu! Hau zu! Verdächtige gesichtet! Ja! Nein! Scheiße! Nein, bin ich hier richtig? Ja, nein, 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 hoch da! Nein, 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 nein! Da wär' ja wieder fast in die Hose gegangen, ey! Doch, komm, ey! Hau zu! Ich hasse dieses Kampfsystem! Ganz ehrlich! Hallo! Ich hab' doch gedrückt, als es rot war! Was ist denn das für ne Scheiße? Komm, jetzt spring' ich da direkt runter, ey! Komm! Tot! Rot! Mann! Oh, jetzt komm, jetzt machen wir mal jetzt schon Zeitlupe! So! Rot und ich drücke! Und es passiert gar nichts, ey! Ich! Vollidioten, ey! Ich! Vollidioten, ey! Jetzt! Geht doch! Bah! Wie zieh' ich denn da mit? So? So? Wie… Wie… Ah, okay, so! Nein! Scheiße! Ist das da oben? Einer ist. Ab, ab, ab. Oh! Ja! Shit, den kriegst du doch nicht. Brrrrrr. Nein! Nein! Oh Mann, ey. Okay. Ach, da unten sind noch mehr. Ohm. Ja, nur noch einer. Da, an der Ecke. Bam! Bam! Was ist das jetzt? Ist er tot? Wahrscheinlich nicht. Ach, du kannst mich wieder hier... Spring! Okay, 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 okay. Ab! Nu. Rein da. Bam! Und rauf da. Und jetzt da lang. Spring! Halt ich... Oh Mann. Kann ich nicht direkt hier hoch? Komm, komm. No. Eben an der Wand entlang laufen. So, wie unnötig, ey. Oh, drin ich und spring! Wer? Oh! Shit! Das war jetzt irgendwie ungeil und jetzt Und jetzt kann ich da dranhängen Ist das denn jetzt Jetzt hänge ich wieder fest Scheiße ey Da komm ich doch nie im Leben so rüber An der Wand und Kann ich irgendwas drücken? Nö Kann ich da was drücken? Nö Kann ich... Da halte ich da fest an dem Seil Ah Hilfe Mhm Ist klar Das ist irgendwie total witzlos Was? Okay Nachbarn Ob ich das schaffe Seht ihr im nächsten Part Bis dahin macht's gut Ciao Ciao